Am 9. November 1974 stirbt der RAF-Terrorist Holger Mainz als Folge seines Hungerstreiks im Gefängnis im rheinland-pfälzischen Wittlich. Als Reaktion darauf ermordet die sogenannte Bewegung 2. Juni den Präsidenten des Berliner Kammergerichts Günther von Drenkmann. Bis heute konnten die Täter nicht ermittelt werden. Beide Ereignisse, der Tod von Holger Mainz und die Verordnung von Drenkmann werfen Fragen auf. Vor allem auch in Stuttgart, wo der Prozess gegen die RAF-Terroristen Bader, Ensslin und Roll bevorsteht, die sich dort im Gefängnis Stammheim befinden. Die Sendung Südfunk Aktuell befasst sich damit in der Mittagssendung am 11. November. Das Attentat von Berlin, meine Damen und Herren, wirft natürlich die Frage auf, wie steht es eigentlich mit der Sicherheit der Staatsanwälte und der Richter hier im Stuttgarter Raum, die im kommenden Frühjahr möglicherweise schon mit dem sogenannten Bader-Meinhof-Prozess befasst sein werden. Siegfried Kasper hat sich danach erkundigt. Herr Kasper, wie schaut das eigentlich aus? Die Richter und die Staatsanwälte, die mit dem Bader-Meinhof-Prozess befasst sind, die werden ja schon lange besonders überwacht von der Polizei. Nach diesen Vorfällen in Berlin und auch im Zusammenhang mit dem Tode von Holger Mainz werden sie noch verstärkt bewacht. Vor allem natürlich der Vorsitzende Richter, Dr. Prinzing. Ja, aber gerade der Tod von Holger Mainz lässt natürlich noch eine andere Frage stellen. Er ist im Gefängnis von Wittlich gestorben. Er hatte noch 42 Kilogramm Gewicht. Das ist überaus wenig. Er ist im Hungerstreik gewesen. Auch die Frau Meinhof, die hier in Stuttgart inhaftiert ist und die anderen hier in Stuttgart Inhaftierten befinden sich ja auch im Hungerstreik. Wie sieht es eigentlich mit den Haftbedingungen der Bader-Meinhof-Leute aus? Ich muss Sie da korrigieren. Frau Meinhof ist zurzeit in Berlin. Ja. In Stammheim sind Bader und die Damen Ensslin und Carmen Roll. Und beide sind ja im Hungerstreik und werden künstlich ernährt. Ich habe heute vom Justizministerium erfahren, dass sie offensichtlich so gut künstlich ernährt werden, dass einer der Damen um sechs Pfund zugenommen hat. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Gewicht vom Hungerstreik ausgeht. Nun, das Justizministerium hat gestern ja auch angekündigt, dass eine Kommission unabhängiger externer Ärzte in Stammheim die drei Häftlinge untersuchen sollen. Die Ärzte werden heute oder morgen dorthin gehen, aber von einer Untersuchung kann keine Rede sein. Die Häftlinge lehnen ja jede Untersuchung ab. Es wird also auf eine Besichtigung des Zustandes dieser Häftlinge herauslaufen. Dankeschön, Herr Kaspar. Am Nachmittag des gleichen Tags hat Reporter Jochen Heuer noch weitere Informationen zum Thema. Wie sieht es in Stuttgart und in Karlsruhe aus? Diesen Fragen ist Jochen Heuer nachgegangen. Was man hier im Einzelnen tut, auf wen sich insbesondere die verschärften Sicherheitsmaßnahmen richten, dürfte im Detail wohl nicht zu erfahren gewesen sein. Man kann aber vermuten und vielleicht die Gewissheit erlangen. Ja, sicherlich. Man kann einiges vermuten, zumindestens dann, wenn man zunächst einmal sich die allgemeinen Ausführungen von Dr. Alfred Stimper hier vom Innenministerium über die neuen Sicherheitsvorkehrungen anhört. Die Situation ist so, dass wir, nachdem wir den Baader-Weinhof-Prozess im Lande haben, schon seit geraumer Zeit umfangreiche Personen- und Objektssicherungsmaßnahmen laufen haben. Und es ist klar, dass der Anschlag auf Drängmann uns veranlasst hat, sofort noch eine weitere Verdichtung dieser bereits umfangreich eingeleiten Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Und zwar dazu hat heute Vormittag schon eine Besprechung stattgefunden, wo die verschiedenen davon betroffenen Dienststellen beteiligt waren und die ersten Maßnahmen sind bereits eingeleitet. Dass wir keine Details sagen, welche Personen wir verdeckt oder und uniformiert überwachen, wo wir Hundeführer oder besondere Waffen einsetzen, wo wir einen Personenbegleitschutz geben, in welcher Form und so weiter, das ist klar. Jedenfalls werden wir massive für arbeitsmäßige und personalmäßige Opfer bringen, um einen ganz gezielt verdichteten Schutz herbeizuführen. Nun, es sind natürlich keine Einzelheiten, aber man kann an einem Beispiel vielleicht sehen, wie das Ganze ablaufen könnte. Der Dr. Prinzing ist ja hier Senatsvorsitzender beim Stuttgarter Oberlandesgericht und er ist eigentlich einer der Hauptprozessmacher, wenn man so will, eben weil er Vorsitzender in seiner Funktion ist. Und ihn wird man natürlich unter besonderen Schutz stellen müssen. Die Rote Armee Fraktion hat aber ebenfalls angekündigt, dass sie versuchen werde, die Häftlinge zu befreien. Das wären hier in Stuttgart, Stammhain, Inselin, Meinhof und... Nein, Meinhof nicht. Meinhof sitzt in Berlin-Bader und Carmen Roll. Die drei sitzen hier ein. Ja, naja, Objektschutz, ja, das hatte eben auch Dr. Stümper schon gesagt. Objektschutz heißt ja natürlich, dass in Stammheim mehr getan wird als normal, was dieses mehr nun im Einzelnen ist, ob mehr Wachen oder weniger Ausgang. Dazu ist natürlich niemand bereit, im Innenministerium Stellung zu nehmen. Man kann also auch nicht sagen, ob die Haftbedingungen erschwert werden. Nein, das kann man im Augenblick nicht sagen. Ist die für heute vorgesehene ärztliche Untersuchung durch ein unabhängiges Ärzteteam erfolgt? Nein, die ist noch nicht erfolgt. Man hat Schwierigkeiten, dieses unabhängige Ärzteteam zusammenzutrommeln, die Ärzte hätten Termine, aber man erwartet, dass diese Ärzte morgen Nachmittag oder morgen Abend spätestens die drei Häftlinge, Gudrun Enssling, Andreas Bader und Carmen Roll sich einmal ansehen werden. Von einer Untersuchung wird man sowieso schwerlich sprechen können, denn alle drei Häftlinge weigern sich ja, die Ärzte direkt herankommen zu lassen. Man kann also bestenfalls als Arzt diese drei Häftlinge von außen besichtigen und diesen Gesundheitszustand in etwa einmal formulieren hinterher. Das wären also die Folgeerscheinungen des Todes von Holger Mainz. Der zweite Strafsenat des Landgerichts Stuttgart hat ebenfalls zu diesem Fall Stellung genommen. Ja, er hat natürlich Stellung genommen und zwar vor allen Dingen gegen das, was Dr. Croissant, der Verteidiger, gesagt hat und man meint beim Strafsenat, die Vorwürfe seien also ungerechtfertigt, vor allen Dingen was Holger Mainz angeht, denn er habe in günstigeren Haftbedingungen gelebt. Er habe nicht ein so hohes Sicherheitsrisiko bedeutet. Im Übrigen würde dieser zentral gesteuerte Hungerstreik selbst den Häftlingen schwere Schäden zufügen und sie würden sich selbst in Todesgefahr bringen. Niemand habe sie ja gezwungen, sich der Nahrung zu entziehen und alles sei nur Selbstzerstörung und Rechtsanwalt Dr. Croissant würde jetzt noch zu einer Verschärfung eigentlich auffordern, wenn er sage, öffentlich bekannt gäbe, dass die Häftlinge nun auch möglicherweise in den Durchstreik treten könnten und das sei alles eigentlich unverantwortlich. Im Übrigen seien die Vorwürfe der Isolationsfolter natürlich eine böswillige Irreführung, aber vielleicht sollte man noch eines zu der Gesundheitssituation dieser drei Häftlinge hier in Stuttgart-Stammheim sagen. Andreas Bader kam hier schon etwas geschwächt an, aber durch die künstliche Ernährung, er ist ja auch der Hungerstreik, ist ja so einigermaßen offensichtlich wiederhergestellt. Gudrun Ensslin und Carmen Roll geht es den Umständen entsprechend gut, wobei es von einem dieser weiblichen Häftlinge heißt, sie habe durch die künstliche Ernährung sogar sechs Pfund zugenommen. Aber das ist natürlich nur eine relative Aussage, denn das Gewicht bemisst sich erst seit dem ersten Anfang des Hungerstreiks. Herr Heuer, ich hätte doch noch eine Frage. Was hat der zweite Strafsenat des Landgerichts Stuttgart mit dem Tod des Holger Mainz zu tun? Nun, er hat im Prinzip nur damit zu tun, weil er hier die Verhandlungen in Stuttgart dann im Bader-Meinhof-Prozess führen wird. Aber nicht die Untersuchungshaft des Holger Mainz an sich? Nein, er ist ja in Wittig, das liegt in der Eifel, ist er untergebracht gewesen und insofern hätte man nichts direkt damit zu tun, aber weil man nun halt Strafsenat hier ist und mit dem Bader-Meinhof-Prozess betraut ist, hat sich Dr. Croissant direkt an diesen Strafsenat gewandt und vor allen Dingen an den Senatsvorsitzenden Dr. Prinzing und er hat ihm heftige Vorwürfe gemacht, er habe ihn am Samstag benachrichtigt. Nun, auch das hat alles Dr. Prinzing heute zurückgewiesen. Er hat am Samstag zum ersten Mal davon erfahren, dass es Holger Mainz sehr schlecht gehe und er habe dann alles Mögliche veranlasst, aber Holger Mainz sei nicht mehr zu retten gewesen. Schönen Dank, Herr Heuer. Schönen Dank, Herr Heuer. Schönen Dank, Herr Heuer. Schönen Dank, Herr Heuer.